Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe jetzt mal geguckt, was hier so geknetet wurde. Einfach ganz süß. Ich habe alles gesehen. Mäuse, Dings, und jetzt würde mich mal sagen, was ist das? Das ist ein Schiff? Achso, ja. Aber das ist ja noch viel interessanter. Sehen Sie doch mal, dieser junge, begabte Mensch, was der hier geknetet hat. Ist das nicht was ganz, was Schönes? Oder? Wissen Sie, wie das aussieht? Ich finde, das sieht aus wie ein Manta. Und deswegen haben Sie jetzt einen Manta gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Manta, Manta. Schauen Sie mal eben hier. Also, original mit kühler Frisur. Es gibt ja so viele Sendungen, da kann man Autos gewinnen. Fast in jeder Sendung. Warum nicht auch in unserer? Aber, jetzt kommt ja der Haken, ne? Der Manta ist natürlich noch nicht Ihrer. Weil Sie müssen ja erst mal sagen, welcher Schlüssel für den Manta passt. Erst dann können Sie sich den mitnehmen, ne? Und der überlegt und überlegt und überlegt. Er riecht in der Witterung auf und zieht den Manta-Schlüssel. Applaus! Er hat's rausgekommen! Mann, Noela, das war wirklich sehr kompliziert. Das müssen Sie sich mal vor Augen halten. Herzlichen Glückwunsch! So ein feiner Junge aber auch. Die Friseuse kriegt er auch. Nimm Platz, Bruder. Ein Manta-Fahrer, ein neuer Manta-Fahrer wieder unter uns. Manni, boah, ey, Wahnsinn. Aber, die Samantha ist 14 Jahre alt und hat noch 14 Tage TÜV. Also beeil dich, bis später. Dankeschön! Unser Manta-Gewinner. Was sehe ich hier? Für diese Figur, fahrt mal ein bisschen dichter ran, Leute. Für diese Figur, noch dichter. Bitte noch dichter. Und zwar diese Körperteile. Seht ihr diese Teile da? Dafür gibt's von mir jetzt mal so spontan 25.000 Länderpunkte! Und zwar diese Figur, noch ein paar Jahre alt. Und zwar diese Figur, noch ein paar Jahre alt. Und zwar diese Figur, noch ein paar Jahre alt. Und zwar diese Figur, noch ein paar Jahre alt.